Amal Clooney, Karim Khan und der Missbrauch des Rechts für Bericht über Amal Clooney, Karim Khan und den Missbrauch des Rechts Bericht über Amal Clooney, Karim Khan und den Missbrauch des Rechts Amal Clooney und Karim Khan sind bekannte Persönlichkeiten im internationalen Recht. Ihre Bemühungen im Kampf gegen den Missbrauch des Rechts haben in der juristischen Gemeinschaft weltweit Beachtung gefunden. In diesem Bericht werden wir ihre Beiträge und Herausforderungen betrachten und analysieren, wie ihre Arbeit den rechtlichen Diskurs geprägt hat. Wer sind Amal Clooney und Karim Khan? Amal Clooney ist eine renommierte Menschenrechtsanwältin und Rechtsberaterin. Sie hat mehrfach international für ihre Arbeit Anerkennung gefunden, insbesondere in Fällen von Menschenrechtsverletzungen. Ihre Expertise reicht von der Verteidigung von Journalisten über die Unterstützung von Opfern ethnischer Säuberungen bis hin zur Beratung von Regierungsorganisationen. Karim Khan ist der derzeitige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, ISTGH. Zuvor war er als Rechtsberater und Anwalt tätig und hat in vielen hochkarätigen Fällen gearbeitet, die internationale Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen betreffen. Quellen Konflikte und Kontroversen im internationalen Recht Der Missbrauch des Rechts ist ein weit verbreitetes und tief verwurzeltes Problem, besonders in Konfliktzonen, wo oft mächtige Akteure das Rechtssystem zu ihren Gunsten manipulieren. Amal Clooney und Karim Khan haben in zahlreichen Fällen gegen solch einen Missbrauch des Rechts angekämpft. Ein prominentes Beispiel für ihren Kampf gegen den Rechtsmissbrauch ist die Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien. Clooney hat mehrfach betont, dass die mangelnde strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in Syrien eine gefährliche Präzedenzfall darstellt. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Verletzung des internationalen Rechts ohne Konsequenzen für die Täter nicht nur die Opfer betrügt, sondern auch das gesamte internationale Rechtssystem untergräbt. Karim Khan hat seinerseits als Chefankläger des ISTGH den Fokus auf die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechern gelegt. Insbesondere in Konflikten wie in der Ukraine, wo Berichte über Kriegsverbrechen auf beiden Seiten des Konflikts vorliegen, spielt der ISTGH eine zentrale Rolle. Khan hat mehrfach die Wichtigkeit betont, dass das internationale Rechtssystem unabhängig und unvoreingenommen funktionieren muss, um gerecht zu sein. Quellen ssaljazira.com, dtsvbbbbsnewsvlevisreuters.com Autokratie und Justiz In autokratischen Themen wird das Rechtssystem häufig dazu benutzt, oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen. Amal Clooney hat in zahlreichen Fällen prominente Persönlichkeiten vertreten, die Opfer ungerechter Verhaftung und unfairer Gerichtsverfahren geworden sind. Ein bemerkenswerter Fall ist der von Maria Ressa, einer philippinischen Journalistin und CEO von Reppler, einer Nachrichtenwebseite, die mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen und Korruption dokumentiert hat. Ressa wurde mehrfach wegen Verleumdung und anderer Anklagen vor Gericht gestellt, die weithin als politisch motiviert gelten. Clooney hat sich als ihre Anwältin für Ressa stark gemacht und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in den Philippinen vorzugehen. Khan während seiner Amtszeit am ISTGH hat ebenfalls die Wichtigkeit hervorgehoben, dass Gerichte von politischer Einflussnahme unbeeinflusst bleiben müssen. Er hat betont, dass der Schutz der richterlichen Unabhängigkeit essentiell ist, um sicherzustellen, dass das Rechtssystem keiner politischen Willkür unterliegt. Quellen hat in pump theguardie.cargar.org, www.amnesty.org. Die Rolle der Medien Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von Rechtsmissbrauch. Die Zusammenarbeit von Anwälten wie Amal Clooney und internationalen Medien hat in vielen Fällen dazu geführt, dass Missstände öffentlich gemacht und juristische Prozesse eingeleitet wurden. Ein Beispiel ist die Berichterstattung über den Völkermord an den Rohingya in Myanmar. Clooney hat für die Rohingya vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt und die Rolle der Medien bei der Dokumentation und Verbreitung von Informationen über diese Gräueltaten hervorgehoben. Die Aufdeckung solcher Verbrechen durch die Medien hat dazu beigetragen, dass die internationale Gemeinschaft aktiv wurde und Druck auf die myanmarische Regierung ausübte. Karim Khan hat in seiner Laufbahn immer wieder die Wichtigkeit der Transparenz und der Öffentlichkeit in juristischen Prozessen betont. Er hat oft darauf hingewiesen, dass die Kenntnis der Öffentlichkeit über laufende Ermittlungen und Prozesse maßgeblich dabei hilft, die Legitimität und das Vertrauen in das internationale Rechtssystem aufrechtzuerhalten. Die Arbeit von Amal Clooney und Karim Khan hat zweifellos bedeutende Erfolge erzielt. Ihre juristischen Bemühungen haben in vielen Fällen zur Freilassung ungerecht inhaftierter Personen und zur Verurteilung von Kriegsverbrechern geführt. Dennoch stehen sie vor erheblichen Herausforderungen. Ein kritisches Problem ist die mangelnde Durchsetzungskraft internationaler Gerichte. Viele Staaten verweigern die Kooperation mit dem ISTGH oder erkennen seine Kompetenz nicht an. Dies erschwert es bedeutend, Verdächtige vor Gericht zu bringen und Urteile durchzusetzen. Hinzu kommt die politische Dimension des internationalen Rechts. Mächtige Länder nutzen oft ihren Einfluss, um eigene Bürger vor der internationalen Strafverfolgung zu schützen. Amal Clooney hat diesen Sachverhalt mehrfach kritisiert und dazu aufgerufen, dass das internationale Rechtssystem mehr Unabhängigkeit von politischem Druck erlangt. Karim Khan hat während seiner Amtszeit Initiativen vorgeschlagen, die darauf abzielen, die Effektivität und Unabhängigkeit des ISTGH zu stärken. Er hat betont, dass nur durch eine starke und unabhängige Justiz Friedens- und Gerechtigkeitsziele im internationalen Kontext erreicht werden können. Quellen, htw und orgs lol bei icc-cpialzera.com Fazit Amal Clooney und Karim Khan sind zentrale Figuren im Kampf gegen den Missbrauch des Rechts. Ihre unermüdlichen Bemühungen haben dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedeutung eines gerechten und unabhängigen internationalen Rechtssystems zu schärfen. Trotz erheblicher Herausforderungen setzen sie ihre Arbeit fort und inspirieren viele, sich für die Rechte und die Gerechtigkeit einzusetzen. In einer Welt, in der Rechtsverletzungen und politische Manipulationen allgegenwärtig sind, bleibt der Beitrag von Personen wie Clooney und Khan von unschätzbarem Wert. Ihre Arbeit setzt Maßstäbe und zeigt, dass der Kampf gegen Unrecht nicht aufgegeben werden darf. Autor Anita Farke, Mittwoch, 22. Mai, 24.